Berechnung und Vergleiche der Varianten sind mit der Alplan BCM ganz einfach. Dazu erzeugen wir eine Variante unseres Gebäudes. Wir erhöhen die Stahlmengen in der Betondecke über EG. Über intelligente Filter könnten alle Geschosse in einem Zug verändert werden. Im Erdgeschoss erhöhen wir die Geschosshöhe um 25 cm. Nach einer erneuten Mengenübergabe importieren wir die Mengen in ein neues Projekt LV. Je nach Projektgröße kann dieser Vorgang etwas dauern. Die neue Kostenberechnung können Sie nun mit der ersten Variante vergleichen. Zum Beispiel durch die Mengen- und Kostenbilanz erkennen Sie die Mehrkosten und Minderkosten aller geänderten Positionen und sehen die Mengendifferenz. Hier die veränderten Mengen beim Fassadengerüst, die Änderung der Elementdecke im Erdgeschoss auf Ortbeton und der separaten Schalung, sowie die geänderten Stahlmengen in der Deckenbewährung. Durch die ganzen Gewerke können Sie die Änderungen jederzeit erkennen und nachvollziehen. Sie sehen, die Mengen- und Kostenberechnung von Varianten ist mit Alplan BCM einfach und schnell möglich. Schon in einem frühen Planungsstadium können Sie Ihrem Bauherrn mehr und minder Kosten bis auf Positionsebene nachweisen. Das schafft Transparenz und Vertrauen. Fahrrad Islam ... ... ... ... ...